Oliver Pocher fliegt aus dem RTL-Programm, Kaulitz' Brüder heute im TV zu sehen. Oliver Pocher fliegt mit seiner Sendung, Pocher und Papa auf Reisen, aus dem RTL-Programm. Stattdessen übernehmen Bill und Tom Kaulitz den Sendeplatz. Dortmund, RTL reagiert auf die schwachen Quoten von, Pocher und Papa auf Reisen, und wirft die Sendung aus dem TV-Programm. Wie DWDL berichtet, reichte es insgesamt nur noch für rund eine Million Zuschauer, in der Zielgruppe waren es sogar nur 400.000. Eine Programmänderung gibt es derweil auch für die Kaulitz-Brüder, wie Ruhr24-Weiß. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 RTL holt RTL Plus Sendung von Tom und Bill Kaulitz ins TV Änderungen im TV-Programm von gab es zuletzt zuhauf, auch eine RTL Sendung über die Deutsche Bahn verspätet sich Eine Beförderung gibt es derweil für Tom und Bill Kaulitz mit ihrem RTL Plus Format, Let's My Jam Die gesamte Staffel ist bereits bei dem Streaming-Dienst von RTL zu sehen, jetzt kommt die Sendung auch ins Fernsehen Die erste Folge wurde zuletzt bereits im Anschluss an Let's Dance gezeigt So richtig gezündet hat, Let's My Jam, allerdings nicht, laut DWDL schalteten lediglich rund 800.000 Menschen ein Ein neuer Programmplatz soll es nun aber richten, die Kaulitz-Brüder werden Samstag nachts im TV-Programm ihr Glück versuchen Los geht es am Samstag, 3. Juni, um 23.30 Uhr Die Uhrzeit verschiebt sich in den Wochen darauf allerdings immer mal wieder nach hinten Die Programmänderung bei RTL hat auch auf weitere Sendungen Auswirkungen Take Me Out wird auch später ausgestrahlt als üblich